Moin Leute, GenoGames am Start. Heute mit einem neuen Video auf meinem Kanal und willkommen zu der ersten Folge von Fortnite Mörder. Es wird wahrscheinlich mehr Folgen geben und mit dabei ist jetzt Game TV. Ja, und Besiktasch. Und Besiktasch. Oh, bin ich stark, Junge. Man kennt ihn doch. Schaut mir zu, Digga. Schaut mir zu, Digga. Und? Oh, bin ich stark, Mann. Schaut mir zu, Mann. So stark ist immer. Egal, ich verschwör. Ich verschwör euch. Okay, dann wahrscheinlich noch mal zu den Kisten. Na. Was ist die Mörderwaffe? Die immer. Ja, die schallgedämpfte Pistole. Okay. Ja, hochgucken und... Nein! Okay. Ey, Digga, ich will weinen. Also, ich gehe ganz nach hinten. Oder nee, ich gehe hier. Okay, Leute, ich... Jetzt keine Truhe. Ich... Leute, ihr seht schon mal, ich bin's nicht. Ja, öffnet die Truhe. Gino, du startest. Entschuldigung, ich muss kurz, ähm, die Fallen zurücklegen. Ich schau ihn dir an, Digga, wer jetzt verarscht. So. Gut, also... Also, ich bin schon mal nicht... Okay. Okay. Dann, Leute. Let's go mit der ersten Runde. Let's go mit der ersten Runde. Let's go. Leute, dann... Schauen wir mal hier in der Map rum. Ah ja. Man kennt ihn doch. Ich bin das... Ich bin hier. Ja, man kennt ihn. Aber jetzt... Jetzt muss ich nur wissen... Wer ist der Mörder? Ja. Ja, einer von euch ist es mit Sicherheit. Wenn nicht, dann ist er raus. Ja. Dann ist er schon tot. Alles, was... Oh mein Gott! Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Okay. Ja, Jungs, äh... Jungs, aber ich würde... Ne, ich würde dich schon längst killen. Ich würde dich wirklich schon längst killen. Wenn nie. Jungs, ich bin's echt nicht. Aber ich hatte euch wirklich schon längst gekillt, gell? Wenn ich euch gesehen hätte, hätte ich euch auch schon lange rumgebracht. W-Wenn ich der Mörder wär. meine ich jetzt natürlich aber jungs wo seid ihr nein okay ja okay es war wirklich spaß haben spaß gemacht was hofft ihr dicker auf nun ist groß leute ich muss den schlüssel finden ich will hier raus hier gibt es ein mörder ich habe mich ja auch so nicht oder okay ich habe geschafft abzuhauen wieso ich habe mich jetzt sogar fast jemand angegriffen wird getötet nun schreibt man nicht so rum mein armes ohr ja wahrscheinlich beweise ist er weiß dass du nicht bist ein jungs ist munition echt man hat munition einfach so hey dicker wo ist der dumme schlüssel ich kann sogar schwören dass ich nicht der mörder bin ich höre auch jemanden ich gehe gerade durch so einen dunklen tunnel ok leute mal hier auf dem bolz genio lang gesagt langsam wird es zeit dass du mich holst ich bin nicht der mörder okay ich war jemanden und das bin ich ich habe die digga ich war mehr so er hat er gar nicht kennt ihn doch schlecht gespielt von mir aber scheiß drauf alles was man platziert kann man nicht mehr kaputt machen so leute nächste runde und wie war ich jetzt mal eigentlich kommt ok warte nach oben die ich glaube die lilanen waffe ist weg sie sagt wo echt ich gehe in die box ich muss meine falle droppen wer startet den timer und los der mörder hat eine minute zeit ich bin nicht der mörder ist ein stummer test mal meine stimme ich bin nicht der mörder ich bin nicht der mörder wer hat sich verdächtiger ja okay bei dir hat man schon zu besitzen der mörder man kann halt bei jedem niemals versichern okay leute man kennt sie das schmucki schmeckt ihr wisst bescheid schmucki schmeckt wer ist es ist wenn du bist du bist wenn ich da weiß mani also von da ich hätte ich schon längst die kürze ich mich jetzt lasst ja wie ihr wisst kannst kannst ja ich es auch saugt aussuchen aber ob er abbaut oder und ich mache nicht nur so berücksichtigt mal wenn ich die stelle wird die würde dann würde ich jetzt schon die mir von dir gehen und nicht 3000 meter von die abstand halten okay leute die kommt die kommt erst mal voll platt sehr schnell wo seid ihr jungs lasst alle mal beim sport treffen also ich bin es nicht der mörder muss schon den schlüssel der schlüssel müsste versteckt sein weil sonst ist der mörder weg ja ja gino ich bin es nicht ich bin ich der mörder ja ich bin der mörder ja ich bin der mörder ja ich bin der mörder das gibt es nicht das ist jetzt die wievielte runde ey ja digga mani digga ki jetzt kommen wir zur letzten runde so leute letzte runde ihr wisst bescheid kommen junge aber wenn ich hab dich gesehen du willst du faken die gleiche gedacht du wärst du dann ja da und da kommt zu chino mit der waffe immer ein feistiger so immer im kopf rein ich denke so einfach eigentlich müssten wir immer die waffe und drei sind beides war es noch ein schluss ich hasse es wenn man die waffe kriegt aber wieder so ist die waffe weg ist weg die weg ich gehe wieder ganz ich kann schon mal versichern ich bin unschuldig ich war sogar okay ich habe es in denen ich beschiktasche okay gerne leute ihr wisst der mörder hat eine minute zeit genau wollte ich gerade auch sagen ich war der mörder weiß ich nicht ich weiß ja ok die runde war schnell okay ich habe ihn getötet warte er muss re-spaw machen ok re-spaw re-spaw anwenden anwenden Jo Mai ich fahre der Mörder-Legers-Russer am Ende ich spreche dann noch ein paar Grüße raus an an ich spreche dann noch mal ein paar Grüße aus für die für die ähm anderen ups aus der See am Ende natürlich ok hochgucken wo Mai steckt es an ich hab ist sie weg ich glaub schon oh wie er gleich schlürft ja das fackbar er läuft ja ok sie ist weg ich geh ums chills kurz ok ok äh ja gut let's go einer ist schon runter oder? weiß ich nicht und mit dem Rücken dagegen und runter hinlegen hinlegen ok hat sie schon eine Vermutung? also ich hab schon eine Vermutung ähm wer schickt das? mit dem Rücken nix nix ey ich werd es wird bestimmt jetzt haben wieder so lustig ich hab den Schlüsselschopf versteckt ich werd damit angeschossen Ich hab den Schlüssel versteckt. Ok. Einer von euch muss es sein. Echt? Manny, hast du eigentlich auch Kochunterricht? In der Schule? Also, ich mach gerade Krach. Jungs, ich mach Krach. Hä? Aber wer ist es jetzt? Geh? Okay, Leute. Jungs, soll ich dann auch noch sagen, von wem ich die Ideen hab? Ich bin, ich bin es, ich bin es. Okay. 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 Okay, aber ich bin es nicht. Glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Ja, ich vertraue dir schon. Okay, ich geh weg. Okay, warte, ich geb dir aber noch einen High Five. Also, ich bin mal weg. Äh, wenn der Schlüssel gefunden wurde, dürfen dann beide raus, oder? Okay. Na, wenn das so ist. Ich bin weg. Also, ich bin weg. Ciao. Ich fahr die... Ich fahr die... Ich fahr die... Das war ich. Das war ich. Nein, nein, nein. Der Lama, Alikum, man kennt ihn doch. Alter, okay, Leute. Die Fahrschatz machen wir. Okay, okay. War ich gut? Ja, Mann. Okay, also, Leute, die Ideen habe ich von, ähm, iCryMix, Schmocki, ähm, wem noch? KidMix, genau. Ja, genau. Von denen alle habe ich die Ideen. So, und jetzt, ähm, grüße ich nochmal zwei Leute. Und zwar einmal, ähm, nicht TwoTogether. Einmal Ultrabot Devin. Und einmal It's Gaming TV. Ihr könnt die, ähm, ihr könnt beide, ihr könnt beide Kanäle abchecken. Und ja, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video. Oh! Los den Sonnen!